Wilhelm Christian Weidling war ein deutscher Theoretiker des Kommunismus. Er war Frühsozialist mit christlichen Überzeugungen und gilt als erster deutscher Theoretiker des Kommunismus. Er initiierte den Bund der Gerechten, welcher als Vorläufer und Keimzelle der späteren sozialistischen und kommunistischen Parteien Europas und der Welt gilt. Leben Wilhelm Weidling war das uneheliche Kind des Dienstmädchens Christiane Weidling und des später in Russland vermissten französischen. Besatzungsoffiziers Guillaume Therion, er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Weidling war von Beruf Schneidergeselle und schloss sich 1836 in der französischen Immigration in Paris dem Bund der Geächteten an. Dieser Bund war eine Vereinigung vor allem deutscher Handwerksgesellen. Sie waren wegen ihrer demokratisch-revolutionären Gesinnung in den reaktionären Staaten des Deutschen Bundes politisch verfolgt worden und lebten in Frankreich im Exil. Ideologisch standen sie in der Tradition des französischen Frühkommunisten Gracchus Babolf und dessen Revolutions-Theorien, wie sie durch die Schriften des Italieners Filippo Buonarroti überliefert worden waren. Über Kontakte mit umherziehenden Wandergesellen verbreitete der Bund seine Ansichten im deutschsprachigen Raum. Unter der Führung Weidlings spaltete sich 1836 eine große Gruppe vom Bund der Geächteten ab und nannte sich fortan Bund der Gerechtigkeit. Inhaltlich drückte dies eine Hinwendung zur sozialen Agitation und eine Abwendung von der Verschwörertaktik aus. Der Bund der Gerechten verlegte 1839 seinen Sitz von Paris nach London, nachdem ein Aufstandsversuch gegen die französische Juli-Monarchie unter Bürgerkönig Louis-Philippe gescheitert war. In London wurde die Organisation zunehmend von Karl Marx und Friedrich Engels beeinflusst. 1847 wurde der Bund der Gerechten in Bund der Kommunisten umbenannt. Zwischen 1841 und 1844 unternahm Weidling von Paris aus und im Auftrag des Bundes der Gerechten eine Reise durch die Schweiz. Er besuchte dort mehrere Handwerkervereine, die er zum Kampf ermunterte. Daneben war Weidling als Herausgeber, Schriftsteller und Schneider tätig. Über seinen Wartländer bekannten Louis-Henry de Lerichis kam er indirekt in Kontakt mit Pierre-Joseph Prauton. In Vervilles ließ er sein theoretisches Hauptwerk garantieren der Harmonie und Freiheit drucken. In Zürich wurde er verhaftet und zehn Monate inhaftiert. Es gelang ihm jedoch das Manuskript des Evangelium des Ammensünders zu retten. Die Schrift erschien 1845 in Bern. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis reiste Weidling via Magdeburg nach London weiter. Weidling propagierte eine These des kommunistischen Klassenkampfs. Er wandte sich ab von den Ideen der französischen Utopisten, der humanitären Frühsozialisten Serge Simon und Charles Fourier, die in Frankreich die Genossenschaftsbewegung vertraten. Weidling sah in den Interessen der Arbeiterschaft und den des Bürgertums einen unvereinbaren Widerspruch. Er forderte nicht nur eine politische, sondern auch eine soziale Revolution, in der es zu einer Umwälzung der herrschenden Einkommensverhältnisse kommen sollte. Für Weidling die wesentliche Voraussetzung der Befreiung der Arbeiterklasse. Er setzte sich für die politische Aufklärung der Arbeiter ein, um im Proletariat die Bedingungen für einen selbstständigen Kampf der Arbeiter für ihre eigenen Interessen zu schaffen. Im Jahr 1846 lernte Weidling Karl Marx und Friedrich Engels kennen. Weidling und Marx gerieten mit ihren Führungsansprüchen aneinander und hatten unterschiedliche Auffassungen über eine Revolution. Es kam daraufhin zum Bruch mit Marx und Weidlings Anhänger wurden aus dem Bund der Kommunisten ausgeschlossen. Weidling reiste daraufhin nach New York und kehrte erst im Zuge der Revolution 1848 nach Deutschland zurück, wo er aber nur eine unbedeutende Rolle spielte und daher schon Ende 1849 in die USA zurückkehrte. Hier verlegte er zwischen 1850 und 1855 die Zeitschrift Republik der Arbeiter und gründete den Deutschen Arbeiterbund New York German Workingsmen's League. Im Jahre 1851 begab sich Wilhelm Weidling in die Kolonie Communia in Clayton County, Iowa, die 1847 von Heinrich Koch gegründet worden war. Er investierte die Mittel aus seinem Deutschen Arbeiterbund New York German Workingsmen's League und ließ sich als Verwalter von Communia wählen. Communia bestand im Kern aus ehemaligen Mitgliedern der früheren 1845 gescheiterten utopistischen Kolonie New Helvetia von Andreas Itzsch in Osage, County, Missouri. Ende 1851 schloss sich die nun unter Wilhelm Weidling sozialistische Kolonie Communia in Iowa dem Deutschen Arbeiterbund an und riss ihn drei Jahre später in den finanziellen Ruin. Weidling scheiterte als Verwalter und ab 1854 löste sich Communia in Hass und Zwietracht auf. Mit Gerichtsentscheid wurde Communia aber erst 1864 liquidiert. Weidling, der in den USA im Jahre 1854 die deutsche Caroline Töd heiratete, zog sich 1855 zurück und arbeitete fortan in New York wieder in seinem Beruf als Schneider. In der Weidling-Forschung ist, nicht zuletzt durch die Kampfschriften von Karl Marx, sein geschichtlicher Rang unklar und umstritten, das Weidling-Bild wird von dem Problem berührt. Erste Weidling ein Vorläufer des Marxismus dessen Johannes der Täufer sozusagen. Oder repräsentiert er eine nicht zum Zuge gekommene Spielart des vormätzlichen Kommunismus? Schäfer vertritt die These, dass Weidling, der erste deutsche Arbeitertheoretiker und Agitator von einiger Wirkung, bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts hinein, gewesen sei. Werke, die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte. 1838-39 Text online Garantierende Harmonie und Freiheit 1842 Text online Zweite Auflage 1845 1845 1844 Elektro-Elektromagnetischen Wirkungen Ein Bild des Weltalls Den Akademien der Wissenschaften hochachtungsvoll zur Prüfung vorgelegt New York 1856 Gerechtigkeit Ein Studium in 500 Tagen Bilder der Wirklichkeit und Betrachtungen des Gefangenen Erstausgabe von Ernst Barnikoll Mühlau Kiel 1929 Theorie des Weltsystems Mühlau Kiel 1931 Klassifikation des Universums Eine frühsozialistische Weltanschauung Nebst Anhang Weidlings Adressbuch Und Hamburger Versammlungsreden 1848-49 Mühlau Kiel 1931 Der bewegende Urstoff in seinen kosmo-elektromagnetischen Wirkungen HSG von Ernst Barnikoll Mühlau Kiel 1931 Grundzüge einer allgemeinen Denk- und Sprachlehre HSG Und eingeleitet von Lothar Knaz Lang Frankfurt am Main 1991 ISBN 3-820484213 Zitat Vorbemerkung Weidlings zu die Menschheit Wie sie ist und wie sie sein sollte aus dem Jahr 1838-39 still